Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want und zwar mit dem Agando Agua 5546R5 Rift für 869,30€. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir zuerst im Livestream vorgeschlagen und dann hinterher auch noch mal im Video-Vorschläge-Kanal von Marcels RGB-Hardware. Der hat hier den Agando Shop und einmal noch eine Hardware-Deals-Alternative reingepostet. Dann schauen wir uns jetzt beide Systeme mal an und vergleichen die. Starten wir auch mit dem Gehäuse. Das ist ein Silent Silent Breeze RGB. Das bringt schon 320 mm Lüfter mit RGB beleuchtet in der Front und noch einen im Heck, der ist nicht RGB beleuchtet und eine Mesh-Front. Es ist ein sehr günstiges System. Mit dem Gehäuse ist jetzt nicht so viel los. Reicht aber in dem Preissegment völlig aus und der Airflow ist auch gegeben. Man sieht auch unter anderem hier mit dem Kabelmanagement ist nicht viel los. Also ja, es kann euch irgendwo egal sein. Ihr kauft ein fertiges System. Da muss jetzt sozusagen der Systemintegrator mit klarkommen. Es gibt bessere Gehäuse. Aber wie gesagt, der Preisbereich, da ist es okay. Und das kostet 47,90 Euro bei Alternate. Das Netzteil ist ein BigWide System Power 10 650 Watt 80 Plus. Das hat fünf Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ich sage ja meistens, diese System Power Netzteile sind mehr so für Bürorechner gedacht oder Multimedia PCs. Das hier ist jetzt ein kleiner Gaming Rechner bei circa 850 Euro. Da ist das noch okay. Natürlich gibt es bessere Netzteile. Für 30 Euro mehr hätte man jetzt noch ein Pure Power oder so gekriegt. Aber das ist schon in Ordnung. Das fliegt jetzt nicht in die Luft. Das bringt auch noch nicht den neuen ATX 3.0 Standard mit. Weiß ich auch. Erwartet man in der Preisklasse auch einfach nicht, weil die Grafikkarte den neuen Stecker sowieso nicht hat. Und das kostet 62,99 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 AOs Elite V2 AMD B550. Hier haben wir natürlich noch den B550 Chipsatz, genauso wie den Sockel AM4. Also ihr könnt nicht auf die Idee kommen und dahinter irgendwie noch einen Ryzen 7600 oder so draufschmeißen. Das funktioniert nicht. Bei der 5000er Serie ist dann Schluss. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und ihr habt noch drei Erweiterungsslots für eine Capture-Karte oder WLAN-Karte oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link. Netzwerkanschluss dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1. Die Onboard-Grafik könnt ihr wie immer nicht benutzen. Ist ein Ryzen 5600. Bringt keine integrierte Grafikeinheit mit. Es gibt natürlich die G-Prozessoren bei AMD. Die bringen eine mit. Zieht das Bild bitte einfach über die Grafikkarte. Dafür habt ihr ja die 4060, die in diesem System verbaut ist. Und wir haben noch zweimal USB 2.0. Ist echt ein solides Board. Ich hätte jetzt echt erwartet bei dem Preispunkt, dass sie euch noch mal so ein Mikro-ATX-Ding da reinschmeißen, aber das ist echt okay. Und das kostet 125,74 Euro bei MineFactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Der hat sechs Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200. Könnt ihr auch mit 3600 oder 4000 betreiben, so wie immer. Ein Sechs-Kerner in der Kombination mit dieser Grafikkarte ist in Ordnung. Ein Acht-Kerner wäre jetzt natürlich geiler gewesen. Da könnt ihr auch noch die Grafikkarten schön aufrüsten, weil irgendwann bottleneckt die CPU. In dem Fall hier nicht, aber wenn ihr jetzt wirklich irgendwann sagt, so in zwei Jahren, ich möchte jetzt eine stärkere Grafikkarte einbauen, wird es da irgendwann eng. Auch da spielt wieder dieser Preisbereich mit. Klar, bei 850 Euro roundabout kann man das jetzt nicht unbedingt erwarten. Wenn ihr über die Grafikkarte rendert, könntet ihr mit diesem Prozessor sogar streamen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, funktioniert aber. Kommt auch immer auf die Titel an. Wenn ihr jetzt irgendwie Dead by Daylight oder Fall Guys oder so streamen wollt, ja, dann macht das. Bei AAA-Titeln wird es dann irgendwann wieder eng. Und der kostet 125 Euro bei MineFactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM PC 3200. Das Ding ist hier, so wie immer, man weiß nicht, was man bekommt. Es ist auf jeden Fall schon mal Dual-Channel RAM. 2x8 GB, das ist okay. Es kann Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury werden. Ja, ist halt dann blöd wegen der Preisfindung. Ich habe jetzt den günstigsten genommen, weil der könnte ja auch reinwandern, ist der Aegis. Wenn damit was ist. Bei mir ist er oft kaputt gegangen, sage ich immer wieder. Wenn damit was ist, ihr habt ja Garantie auf das System. Von daher ist das relativ wurscht. 16 GB kann man machen. Lieber aufrüsten auf 32 GB. Lasst es euch gesagt sein. 3200 MTS ist natürlich so die Angabe von AMD. 3.6 wäre auch hier geiler gewesen. Aber so ist es jetzt halt. Und der kostet 28,87 Euro bei MineFactory. Und damit wir auch mal eine Preisfindung haben, was jetzt 32 GB kosten würden, wenn ihr das aufrüstet, das wären 28,90 Euro. Ist auch noch im Rahmen, kann man machen. Würde ich an eurer Stelle auch am besten mitnehmen. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB beliebiger Hersteller. Wie immer, da wir einen beliebigen Hersteller haben, nehmen wir jetzt das günstigste Modell. In dem Fall die Game Watch GeForce RTX 4060 Ghost. 8 GB GDDR 6. Hier muss man ganz klar sagen, das ist eher eine Karte für Full HD Gaming. Und selbst da müsst ihr die Detailstufen in einigen AAA Titeln auf jeden Fall anpassen. Da könnt ihr nicht auf volle Möhre Full HD ballern. Gerade wenn man jetzt noch über das Thema Raytracing nachdenkt. Das frisst auch noch mal ordentlich Leistung. Dafür bringt die Karte wiederum DLSS 3.0 mit. Da könnt ihr wieder ein paar FPS mehr gewinnen. Und für die Karte haben wir auch einen sehr guten FPS Test von PC Games Hardware. Die haben hier verschiedene Spiele in verschiedenen Auflösungen getestet. Link ist in der Videobeschreibung. Dann wisst ihr, was ihr ungefähr zu erwarten habt mit dieser Grafikkarte, was die FPS angeht. Aus dieser Tabelle geht eben auch hervor, dass Full HD Gaming mit dem Ding möglich ist. WQHD kommt aus Spielern. Wirklich. Also sowas wie Fall Guys oder was auch immer. So kleinere Spiele, Counter-Strike, Valorant und so. Das funktioniert alles sehr, sehr gut in WQHD. Triple A Titel dann nicht mehr so. Und die kostet 299 Euro bei Alternate. Die SSD ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die gibt es mit TLC und mit QLC Speicher. Kann euch als Gamer völlig egal sein. 1 TB in dem Preisbereich ist völlig in Ordnung. Es gibt auch schnellere SSDs, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber wie gesagt, für einen normalen Gamer in dieser Preisklasse völlig okay. Und die kostet 41,98 Euro bei MineFactory. Der Prozessor-Kühler ist ein Be Quiet Piroc Slim. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor gibt offiziell an 65 Watt. Selbst wenn er sich 90 Watt reinschrauben würde, reicht dieser Kühler völlig aus. Qualitativ in Ordnung, kann man nicht meckern. Ich habe jetzt hier den Slim 2 genommen, weil den Slim 1 gibt es so auf dem Endkundenmarkt nicht mehr oder ist kaum verfügbar. Der hatte 120 Watt TDP. Ist aber auch egal, wenn der Prozessor offiziell angibt 65 Watt, ist das schon okay. Und der kostet 23,89 Euro bei MineFactory. Windows 11 Pro 64-Bit haben wir auch noch mit dabei. Brauche ich nicht viel zu sagen, ist das aktuellste Betriebssystem. In der Pro-Variante kann man so machen. Und das kostet 48 Euro bei IT Hard Pulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 803,37 Euro. Und der PC kostet 869,30 Euro. Seid ihr so bei bummelig 65 Euro fürs Zusammenbauen? Kann man machen. Ich würde hier noch auf 32 GB RAM gehen, vielleicht sogar mit einer höheren Taktrate von 3600. Das müsst ihr aber selber wissen, 3200er geht auch. Beim Netzteil, ja, kann man sich drüber streiten. Wir müssen immer auf diesen Preispunkt stehlen. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es ist halt einfach so, das ist ein PC von unter 900 Euro und da kann man nicht erwarten, dass da die geilsten Komponenten reinwandern. Mir wurde dann aber im Livestream noch vorgeschlagen, eine Alternative zu nehmen. Ich zeige euch das mal gerade. Dubaro Hardware-Deals als Alternative. Weiß nicht, ob Manu in dem Bereich einen vernünftigen hat. Wir können mal gucken. Und da haben wir dann diesen hier gefunden. In Hardware-Deals 800, Nvidia Edition für 849 Euro. Also nochmal ein Büschel günstiger. Der hat den AMD Ryzen 7 5700X. Das ist schon mal ein 8-Kerner anstatt ein 6-Kerner. Kommt von der Leistung her fast an einen 5800er ran. Ist zum Zocken schon mal eher geeignet und gerade auch zum Stream. Der Ender 5 Spartan 5 Max ARGB hatte ich selber im Test. Kühlt den ganz locker. Wir haben hier einen Gigabyte B550 Gaming X V2. Das ist sozusagen eine Generation zurück. Also es gibt Gigabyte Gaming X, dann gibt es Aorus Elite, Aorus Pro, Aorus Master. Also ihr seid in der Serie einen Schritt zurück. Ist bei dem Prozessor aber relativ egal. Wir haben ebenfalls eine 4060, auch beliebiger Hersteller. In der Vergleichsliste, die ich euch gleich zeige, ist auch die gleiche Grafikkarte drin wie bei dem Agando PC. Also die günstigste einfach. Auch hier haben wir 16 Gigabyte, 2x8 Gigabyte DDR4 Kingston, 3600 MHz Freebeast. Also 400 MTS mehr gegenüber dem anderen von Agando. Macht den Braten jetzt nicht fett. Ist aber ganz nett, dass es dabei ist. Auch hier sage ich euch, pack 32 Gigabyte rein. Was natürlich völliger Quatsch ist, bei den aktuellen SSD Preisen ist diese 500 Gigabyte Western Digital. Also die SN570 ist eine sehr, sehr gute SSD. Besser als die NV2, aber halt nur halb so groß. Auch hier sage ich, lieber ein Terabyte rein. Ihr werdet euch sonst ärgern. Alleine Arc Survival Evolved, sofern ihr das mit dieser Kiste spielen wollt, frisst mit allen Mods 450 Gigabyte. Und ihr habt noch Windows und diese ganzen Sachen drauf und Treiber. Deswegen seid da vorsichtig. Nehmt mindestens ein Terabyte mit. Das Netzteil ist ein 600 Watt Bequiet Pure Power 11. Das ist schon mal ein Pure Power. Ist aktueller in der Generation. Wir haben die 11er Generation. Bei dem System Power war es die 10er. Es sind 50 Watt weniger, ja. Ist aber relativ egal in diesem Preissegment. Weil ich das eben nicht erwähnt hatte, die Wattleistung reicht übrigens völlig aus für das System. Das würde sogar mit einem 500 Watt laufen. Wollte ich nur mal eben gesagt haben, habe ich glaube ich eben nicht angesprochen bei dem Agando-System. Und das Gehäuse ist ein Enderfy Ventum 200 Air ARGB mit 4x ARGB-Lüftern. Also das habe ich Manuel auch schon gesagt. Das Air ARGB gibt es nicht. Das Air ist quasi das ohne RGB und das ARGB ist halt mit RGB. Ja, da ist so der Unterschied. Bringt aber auch diese 4 ARGB-Lüfter mit. Also vom Design her tut sich da nicht viel. Das Betriebssystem ist hier leider nicht mit drin. Könnt ihr auch selber installieren mit dem USB-Stick. Eine Anleitung dazu findet ihr auf meinem Kanal. Den Key müsstet ihr natürlich trotzdem bezahlen. Deswegen ist er jetzt auch nicht mit drin in der Liste. Der kostet bei meinem Partner so roundabout glaube ich 18 Euro oder woanders auch so 20 Euro, je nachdem. Und dann haben wir auch hier die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 782,11 Euro. Und das Teil kostet 849 Euro. Habt also ungefähr den gleichen Aufpreis wie beim Agando-System. Einen besseren Prozessor. Das Mainboard ist jetzt nicht ganz so geil. Wir schauen hier nochmal. Also es ist nicht so geil wie das von Agando. Es reicht völlig aus. Auch Full-ATX, ist alles mit dabei. Ist aber halt ein bisschen schlechter als das von Agando. Grafikkarte ist gleich. Beim RAM, wie gesagt, aufrüsten. Der ist aber auch besser. Die SSD ist halb so groß. Auch aufrüsten auf jeden Fall. Das Netzteil ist qualitativ besser und das Gehäuse, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also rein von der Rechenpower her habt ihr durch den RAM und den Prozessor hier mehr Leistung. Auch für die Grafikkarte dann dementsprechend. Auch wenn die Grafikkarte gleich ist. Müsst ihr selber entscheiden. Sind beides eigentlich relativ gute Systeme. Wie gesagt, den RAM aufrüsten. Bei der SSD müsst ihr selber gucken, was ihr braucht. Kann man beide so kaufen. Wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich den Hardware-Deals nehmen. Aber ihr könnt auch den hier nehmen. Relativ wurscht. Gut, das wäre es auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.